Viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Bayern suchen dringend weitere Arbeitskräfte zur Ausbildung und unmittelbar zur Einstellung. Wir haben viele Zuwanderer in unserem Land, Flüchtlinge, andere Zuwanderer. Wir müssen das Potenzial der Menschen, die in unserem Land sind, nutzen, um sie schneller in den Arbeitsmarkt zu bringen. Insgesamt haben wir immerhin gegenwärtig in Deutschland über 900.000 arbeitslose Ausländer. Da ist ein Potenzial. Nicht jeder ist für alles geeignet, aber doch viele für manches und das wollen wir jetzt voranbringen. Gleichzeitig dort, wo Unternehmer ganz gezielte Fachkräfte aus dem Ausland zu sich entsprechend bringen wollen, sie dabei unterstützen. Die VISA-Verfahren müssen beschleunigt werden. Die Anerkennung von ausländischen Zeugnissen muss beschleunigt werden und dadurch diesen Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.